Mit meiner öffentlichen Fachanalyse, die Personalie sei ein Affront und Armutszeugnis für den deutschen Handball, auch inhaltlich die falsche Wahl und überhaupt der Untergang des Abendlandes, lag ich zwar komplett auf der Linie der Handballszene hierzulande, aber letztlich mal sowas von daneben. Und wer lachte zuletzt? Genau. Ich weiß nicht, ob Bob wirklich lachte und sich vor Genugtuung die Hände rieb, aber die bildliche Vorstellung reichte mir schon. Rückblickend muss ich zugeben, dass er zwar nicht in allen unseren Streitfragen richtig lag, aber für meinen Geschmack waren es deutlich zu viele. Und ich fand natürlich, dass er es zu sehr raushängen ließ. Wendepunkt in unserem spannungsgeladenen Verhältnis war die Europameisterschaft 2016. Dorle und ich fuhren mit dem Auto zum Finale nach Krakau, um die Mannschaft zu unterstützen. Schon im Vorfeld hatte ich lobende Worte für das Team und auch den Trainer gefunden, was Bob registriert hatte und bei einem Smalltalk vor Ort schmunzelnd anmerkte. Wir plauderten entspannt, wie lange nicht. Vielleicht war es der perfekte Ort, Anlass und Zeitpunkt für uns beide, um zu realisieren, dass es nicht um Hanning oder Kretschmer geht und wer was wann wie mal gesagt hat, sondern um den deutschen Handball. Um die Sache. Darum die Kräfte zu bündeln für unseren Sport, weil wir alle in einem Boot sitzen. Und es höchste Zeit war, persönliche Animositäten und Eitelkeiten, zumindest was uns betraf, über Bord zu werfen. Mit dem Erfolg der Nationalmannschaft unter Dagos Regie wuchs auch meine Anerkennung für Bobs Arbeit. Vor allem wurde mir klar, dass ich nicht jede Idee, jeden Plan oder jede Entscheidung doof finden und kritisieren musste, nur weil sie von Bob Hanning kam und er mit Leuten überkreuzt lag, die ich mag oder sogar zu meinen Freunden zähle. Dolle spielte bei dieser Entspannungspolitik eine bedeutende Rolle, denn sie ist eine hervorragende Menschenkennerin und forderte von mir, meine Sichtweise auf den Menschen Bob Hanning grundsätzlich zu überdenken und das Bild, das ich über Jahre verfestigt hatte, infrage zu stellen, die Perspektive zu wechseln, mich in ihn hinein zu versetzen. Auf Letzteres hatte ich ja richtig Bock. Wir diskutierten viel. Dabei bekamen wir uns mehr als einmal richtig in die Wolle, weil ich das Gefühl hatte, dass sie mir in den Rücken fiel und ich fragte Dolle, ob sie neuerdings als Anwältin von Bob Hanning tätig sei. Und sie kann sehr hartnäckig sein und überzeugend. Bob und ich haben nie offiziell Frieden geschlossen, uns nicht episch ausgesprochen oder gemeinsam betrunken. Es war ein Prozess. Wir telefonierten häufiger, wenn es um grundsätzliche Fragen des Handballs oder Einschätzungen ging, weil wir die Expertise des Anderen schätzten. Wenn ich Spiele mit Beteiligung der Füchse kommentierte, konnte ich mich darauf verlassen, dass Bob mich in der Halbzeit draußen vor der Halle aufsuchte, weil er wusste, dass ich dort eine rauche und wir fachsimpelten über das Spiel und scherzten. Ganz locker. Von Mal zu Mal unbeschwerter. Spiele mit Beteiligung.